Die bunte Chaos-Truppe. Ein Hörbuchprojekt zur Inklusion nach dem Kinderbuch von Luise Fuhr. Gelesen von Melina Zaren. Musik Chrissy Lau. Illustration Victoria Waidlana. Produziert von RBC Production. Erstens. Die Dumpfbacke. Bist du eine Dumpfbacke? Hä? Wieso? Mein Bruder kapiert mal wieder nichts. Das ist nichts Neues. Der kapiert nie was. Wieso hast du die neue Fernbedienung vom Fernseher in die Waschmaschine gesteckt? Die war dreckig, beteuerte er. Die war neu, schreie ich ihn fast an, weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand so dumm sein kann. Und dass dieser jemand mein Bruder ist, deprimiert mich noch mehr. Ich glaube, er hat gefehlt, als der liebe Gott das Gehirn verteilt hat. Nee, die war dreckig, die war schwarz. Das Schlimmste an der Sache ist, dass meine Eltern die ganze Aktion von Marlon, so heißt die Dumpfbacke, wenn sie nicht gerade Dumpfbacke heißt, süß und lustig fanden. Ich verstehe nicht, was an der Sache oder an ihm selbst süß ist. Esel, Grießbrei, Honig, Katzenbabys, Hundebabys und Simon. Ja, die sind süß. Aber Marlon? Den würde ich eher mit Lakritze oder dem Gericht Tote Oma vergleichen. Ich kann nicht anders und schreie, du bist noch dümmer als ein Toastbrot. Leider steht in diesem Moment meine Mama in der Tür. Hör bitte auf, deinen Bruder zu beleidigen. Natürlich fängt Marlon jetzt noch an zu weinen und Mama ist noch saurer auf mich. Geh auf dein Zimmer und denk darüber nach, was du gemacht und was du gesagt hast. Nur die Wahrheit, entgegnete ich protestierend. Zweitens, mein Umzug. Ich habe die Nase gestrichen voll. Länger halte ich das unter diesen komischen Leuten, die sich Familie nennen, nicht mehr aus. Ich ziehe meinen Koffer unter dem Bett vor und bekomme einen fünfminütigen Hustanfall, weil so viel Staub mit rauskommt. Danach öffne ich den Koffer und schmeiße meine Lieblingssachen rein. Dabei stehe ich auf dem Stuhl, auf Zehenspitzen, um oben an das Fach im Kleiderschrank ranzukommen. Der Stuhl wackelt. Ich auch. Vielleicht falle ich gleich runter und breche mir das Bein. Dann könnte ich nicht mehr abhauen und das wäre doof. Doch bevor ich weiter darüber nachdenken kann, kommt meine Mama rein. Was machst du denn da? Ich ziehe um, sage ich mit fester Stimme. Und niemand hält mich davon ab. Auch kein Schokoladenkuchen? Den essen wir in fünf Minuten zum Kaffee. Kurz überlege ich. Schokokuchen ist mein Lieblingskuchen und ich will unbedingt ein Stück. Aber das kann ich doch jetzt nicht sagen. Also lüge ich. Nein, ich will auf gar keinen Fall ein Stück. Nie mehr. Ich will überhaupt nichts mehr von euch. Außerdem wird man von Schokokuchen fett. Und Fette schwitzen wie Schweine. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber es klingt frech und witzig. Und genau so will ich sein. Das ist aber wirklich traurig. Wo willst du denn hin? Ich wandere nach Afrika aus. Tschüss. Sage ich und ziehe meine Augenbrauen böse zusammen. Mein Koffer ist leicht. Ich glaube, ich habe was vergessen. Oh ja, ich habe vergessen, meine Zahnbürste einzupacken. Na egal. Zähneputzen hat mir eh nie Spaß gemacht. Dieses ewige Schrubben geht mir auf den Keks, seit ich denken kann. Viel lieber habe ich immer die Zahnpasta gegessen. Aber die habe ich auch vergessen. Ich stapfe aus der Tür, gucke mit Absicht nicht nach hinten. Bestimmt gucken sie mir hinterher und quetschen dabei ihre Gesichter an die Scheiben, sodass die Nase und die Stirn ganz weiß werden. Wahrscheinlich weinen sie auch. Zu Recht. In den nächsten Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Jahren werden sie schon merken, wie toll, intelligent, lustig, gutaussehend ich war. Und dass ich immer recht hatte und sie nie. Und malern schon gar nicht. Sie werden mich in Zeitungen, ach was, im Fernsehen sehen und bereuen, wie sie mich behandelt haben und dass sie mich gehen gelassen haben. Aber dann ist es zu spät. Dann kenne ich sie nicht mehr. Dann stehen sie vor mir und wollen ein Autogramm. Daraufhin sage ich den Starsatz Nummer 1. Für wen soll es denn sein? Für deine Eltern, werden sie antworten. Für wen? Ich habe keine Eltern. Ich bin frei, wie Peter Pan und Pipi Langstrumpf. Doch bis es soweit ist, dass ich berühmt bin und als lebensgroßes Poster in allen Zeitungen zu finden bin, muss noch viel passieren. Heute setze ich dafür den Startschuss und ziehe aus. Ich muss allerdings gestehen, dass ich weit nicht komme. Ich habe Hunger. Beeren, ach was, Elefantenhunger. Ein Stück Schokoladenkuchen wäre jetzt genau das Richtige. Hab ich aber nicht. Zu dumm. Wäre ich bloß noch zum Kaffee geblieben. Jetzt ist es zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Praktischerweise habe ich mir zwei Schokoriegel, fünf Bonbons und eine Packung saure Gummibärchen eingesteckt. Zähneputzen, ade. Karius und dicker Bauch, hallo. Zuerst verputze ich einen Schokoriegel. Dann noch einen hinterher, weil der erste so lecker war. Mist, jetzt sind sie alle. Ich brauche für die Nacht dringend eine Unterkunft. Oder zumindest ein Dach über den Kopf. Da kommt mir der Schuppen in den Sinn. Er liegt zwar nur zehn Meter von unserem Haus entfernt, also zehn große Schritte, aber für den Anfang ist das gar nicht schlecht. Die Tür knarrt beim Aufmachen wie die eines alten Hexenhauses. Ich habe einen Tisch, der mir bis zu den Knien geht. Also einen Tisch, wo man keine Stühle braucht. Man muss sich einfach davor hocken. Eine Lampe, die manchmal, wenn sie Lust hat, funktioniert, ist auch vorhanden. Genauso wie eine Matratze und eine Strickdecke von meiner Oma. So lässt es sich leben. Ich schmeiße mich auf die Matratze, gucke an die Decke und freue mich über meinen Erfolg. Wunderbar. Drittens. Ich bin verliebt in die Toilette. Mein Blick ist starr auf die Uhr gerichtet. Die Uhr, die sich um meinen linken Arm befindet und mich, glaube ich, veräppeln will. Von wegen es sind erst zwei Stunden vergangen. Es sind bestimmt schon fünf Stunden vergangen. Aber die Langeweile und die Schnecken langsame Zeit ist nicht mein größtes Problem. Sondern folgendes. Ich muss aufs Klo. Und zwar dringend. So dringend, dass ich beim nächsten Witz, den mir jemand erzählt, mich im wahrsten Sinne des Wortes vor Lachen bepinkel. Zum Glück ist keiner da, der mir einen Witz erzählen kann. Ich kneife die Beine zusammen und lunsche durch einen kleinen Türspalt. Kann ich ungestört in Mamas Blumenbeet machen? Oder sind da Menschen, die mich dabei sehen könnten und meinen Eltern dann verpetzen, dass ich noch gar nicht in Afrika bin? Wie immer ist unser kinderfeindlicher Nachbar draußen. So ein Mist. Ich kann es nun wirklich nicht mehr lange halten. Also schnappe ich mir meinen Koffer und renne so schnell ich kann nach Hause. Meine Süßigkeiten sind eh alle und ich habe immer noch Hunger. Auf Kuchen. Ich stürme ins Haus und dann ins Badezimmer, wo ich die Tür mit einem lauten Knall auffliegen lasse. Mein Vater, der in der Badewanne sitzt, schmeißt vor Schreck seiner Zeitung in die Luft und schreit auf. Er klingt dabei wie ein Mädchen. Ich würde ja lachen, aber ich muss doch so dringend. Also schwinge ich mich aufs Klo und bin erleichtert. Ich fühle mich wie im Himmel. Ich betätige die Spülung, knie mich vor das Klo, umarme es und küsse es einige Male. Ich liebe dich, rufe ich zwischen den Küssen auf. 4. Blutsbruderschaft mit Simon Kuchen futtern sitze ich mit Simon auf meinem Bett. Wir stopfen uns die Kuchenstücke gegenseitig in den Mund und spielen dabei ein Spiel. Das geht so. Mit leerem Mund fangen wir an und sagen das Wort Pferdeknutsch. So heißt das Spiel auch, Pferdeknutsch. Die Mitspieler stecken sich gegenseitig immer mehr Kuchen in den Mund und dürfen ihn aber nicht essen. Stattdessen müssen sie das Wort Pferdeknutsch sagen. Was immer schwerer, aber auch immer lustiger wird, weil der Mund immer voller wird und bald nur noch Quatsch wie Schmescheschmutsch versteht und die Krümel einen aus dem Mund fliegen. Wer als erstes keinen Ton mehr rausbekommt oder alles ausspuckt vor Lachen, hat verloren. Diesmal gewinnt Simon, weil ich so dolle lache, dass mir schon die Tränen kommen und ich den ganzen Kuchen ihm ins Gesicht spucken muss. Simon ist toll. Simon ist mein bester Freund. Es gibt den Spruch, mit dem kann man Pferde stehlen. Ein Pferd haben wir noch nie zusammengestohlen. Aber ein Huhn. Und ich kann euch sagen, dass das viel anstrengender und anspruchsvoller ist, als ein Pferd zu stehlen. Die dämlichen Hühner sind nämlich sauschnell. Und du musst aufpassen, dass die dir nicht in die Nase hacken. Wir, Simon und ich, haben es trotzdem geschafft, eins zu fangen. Wir ließen es zu Hause bei ihm frei. Pünktlich zum Muttertag. Das Huhn sollte als Überraschung zwei Eier legen. Die sollte seine Mutter frühmorgens auf den Teller bekommen. Wir dachten, sie freut sich darüber so sehr, dass sie mich mit in den Urlaub nimmt. Die machten nämlich einen Familienurlaub in einen Freizeitpark. Da wollte ich unbedingt mit und Simon wollte auch, dass ich mitkomme. Stattdessen war seine Mama gar nicht erfreut und ich bekam vier Wochen Hausverbot bei denen. Das ist ein ganzer Monat. Nur weil das dämliche Huhn, als wir es auf den Teller gesetzt haben, damit es die Eier legt, einfach losgeflattert ist und die ganze Wohnungseinrichtung heruntergerissen hat. Inzwischen darf ich zum Glück wieder zu ihm. Lass uns Blutsbrüderschaft machen, sagt Simon wie aus heiterem Himmel und zieht sein Taschenmesser hervor. Spinnst du? Das ist gefährlich und außerdem bin ich ein Mädchen. Also können wir gar keinen Blutsbrüderschaft machen. Letztens habe ich einen Westernfilm mit Papa im Kino gesehen. Da waren zwei Indianer, die genauso beste Freunde waren wie Simon und ich. Um das zu besiegeln, haben sie in ihre Zeigefinger geschlitzt. Dann drückten sie ihre blutigen Finger gegeneinander und sagten Nun sind wir Blutsbrüder. Ich versuche, Simon die Sache auszureden. Ich habe nämlich Angst, dass ich mir aus Versehen den ganzen Finger abschneide. Und wie soll ich das Mama erklären? Feigling, Feigling, sagte Simon zu mir. Setzte die Klinge an seinen Finger und ich stürzte mich, um es zu verhindern, auf ihn. Sein Messer fliegt ihm aus der Hand, dafür stoßen unsere Nasen gegeneinander. Autsch, das tut weh! Wir reiben uns die Nasen und fassen in was Glitschiges. Wir haben beide Nasenbluten. Simon stößt einen lauten Freudenschrei aus. Bevor ich verstehen kann, was los ist, was so toll an Nasenbluten ist, schnappt er mich und reibt seine Nase an meiner. Jetzt sind wir Blutsbrüder! Haha! Stimmt, und ganz ohne Finger abschneiden, freue ich mich. Ih, ihr habt euch geküsst, ruft mein kleiner Bruder, der verbotenerweise in mein Zimmer gekommen war. Simons und mein Blick treffen sich. Wir nicken, fangen an zu brüllen wie die alten Wikinger bei einer Schlacht und bombardieren meinen Bruder mit Kissen. Wir jagen ihn erfolgreich in die Flucht und rufen der Dumpfbacke angsteinflößend hinterher, leg dich nie mit den Blutsbrüdern an! Fünftens, der muffelige Herr Muffel. Zur Strafe, dass wir Marlon zu Tode erschreckt haben, müssen wir raus. Nur Dusseligkeiten habt ihr im Kopf. Mama ist verärgert. Genau, ruft Simon ihr frech zu und dann rennen wir so schnell uns unsere Beine tragen raus. Simon ist irre witzig. Zu unserem Erstaunen stellen wir fest, dass unser kinderhassender Nachbar gar nicht im Garten ist. Wir ergreifen die Chance und klettern über den Zaun. Simon hilft mir mit der Räuberleiter rüber. Er selbst springt an dem Zaun hoch und ich ziehe ihn rüber. So war jedenfalls der Plan. Leider bleibt er oben am Zaun mit seinem Gürtel hängen, sodass ich mit allen Kräften an ihm ziehen muss, um ihn zu befreien. Der Gürtel reißt und Simon fällt auf mich rauf und ich in den Matsch. Jetzt siehst du aus wie ein Schwein, dacht Simon. Und ich muss mitlachen, weil Lachen bekanntermaßen ansteckend ist. Um nicht alleine wie ein Schwein rumlaufen zu müssen, bewerfe ich ihn mit einer Handvoll Matsch. Und so entsteht die dreckigste, aber auch lustigste Matschschlacht, die es je gegeben hat. Danach klettern wir auf den Apfelbaum. Der trägt die schönsten, größten und rötesten Äpfel der ganzen Stadt. Mein Nachbar hat im letzten Monat sogar einen Pokal für den Baum bekommen. Jetzt jedenfalls sitzen wir drauf und klauen diese preisgekrönten Äpfel. Wir stopfen uns die Taschen voll, bis die Nähte platzen. Mein Nachbar würde die sowieso nie alleine essen können. Freunde hat er auch keine. Also ist es durchaus berechtigt, sie zu stehlen. Ey, ihr Gören, mach das ihr da runterkommt, ihr Rotzlöffel! Wir erschrecken fürchterlich. Unser Nachbar rennt wuten Brand aus seinem Haus direkt auf uns zu. Wir fangen an zu schreien. Und ohne dass ich was dafür kann, nimmt meine Hand einen Apfel und feuert ihn gegen den Kopf von Herrn Muffel. Der fällt augenblicklich um und bewegt sich kein Stück mehr. Ach du Scheiße! Der ist tot! Sagt Simon. Ups! Sage ich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Simon zuckt mit den Schultern. Ich find's jetzt nicht so schlimm. Ist ein Arsch gewesen. Der hat es verdient. Wir springen runter, um die Leiche zu betrachten. Simon kneift ihm die Nase zu, um zu testen, ob er wirklich tot ist. Boah, cool! Ich hab eine Leiche angefasst! Ich will auch und zieh Herrn Muffel die Ohren lang. Das sieht lustig aus. Und er scheint wirklich tot zu sein. Jetzt kann ich endlich das machen, was ich schon immer mal machen wollte. Ich hole einen Edding raus. Das ist ein schwarzer, dicker, kaum abwaschbarer Stift und male Herrn Muffel an. Er bekommt einen geringelten Schnurrbart, eine Augenklappe, einen Popel, der aus der Nase raushängt und eine Narbe quer über das Gesicht. Das sieht so lustig aus, dass sie Simon vor Lachen auf den Boden kugelt. Doch was ist das? Da ist ein Schnarchen zu hören, untern Herrn Muffel. Ein Regenwurm vielleicht? Ach, Quatsch! Dann eher ein Maulwurf. Du, ich glaub, der ist gar nicht tot, sage ich. Ach, du lieber Krötenrotz! Du hast recht! Schnell weg! Bevor uns jemand am Tatort sehen kann, sind wir verschwunden. Schnell weg!